Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern meine liebe Power-Erna besucht in ihrem Laden, die Anja. Und von ihr habe ich auch diesen wunderschönen Schal. Guckt mal, ist der nicht süß, der ist voll kuschelig. Und ja, jetzt bin ich heute Morgen aufgestanden und habe mir gedacht, Mensch, ich brauche mal irgendwas, was direkt in meine Zellen geht. Und ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Smoothie mehr gemacht. Und deswegen wollte ich heute mit euch meinen Smoothie teilen. Also, hier drin befindet sich erstmal ganz, ganz viel Wasser. Den habe ich bis hierhin aufgefüllt mit Wasser. Ist jetzt natürlich kein Liter, wie ihr jetzt anzeigt, sondern ein bisschen weniger, weil unten ja auch noch Masse drin ist. Und unten befinden sich Daffeln drin. Und hier oben befindet sich Fenchel und ein Roma-Salat-Kopf und Minze. Jo, und jetzt werde ich das Ganze pürieren. Und dann teste ich das mal mit euch. Voll lecker. Voll gut. Also, gar nicht mal unbedingt fenchelig, aber voll lecker süß und irgendwie so ein bisschen karamellig durch die Dattel. Voll gut. Jo, probiert es aus und ich ziehe mir das jetzt rein und ich freue mich voll drauf. Okay, tschüss.